Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um den Maiden der Star 250G. Den musste ich heute nochmal maidenen. Der Versuch gestern lief nicht ganz so nach Plan. Die Konfiguration bzw. das Tuning, welches im INAV-Konfigurator 2.4 als Preset hinterlegt war, war absolut grausam und so gut wie unfliegbar. Außerdem war es gestern auch recht windig noch dazu, was ein erneutes Tuning vor Ort fast unmöglich gemacht hat. Hier mal ein ganz kurzer Ausschnitt von gestern. Meine GoPro-Ausstellungen waren auch noch total daneben, deswegen ist auch das Bild total überbelichtet und so verschwommen. Da habe ich ein bisschen missgebaut, deswegen habe ich das mehr oder weniger verworfen, aber ganz kurz noch zum Zeigen. Der Autolaunch hat mit meinen Einstellungen, die ich vorgenommen habe, ganz gut funktioniert, aber man sieht dann gleich im Flug auch ganz gut, dass es absolut schwierig war, den Flieger überhaupt in der Luft zu halten, weil auf Pitch auch kaum Kontrollautorität da war. Der Wind war natürlich für den kleinen Flieger mit 2,50 Gramm auch nicht gerade hilfreich, aber wie man sieht, es ist nicht nur dieses Rumgeschaukel, was durch die Windböen verursacht wurde, sondern auch immer wieder so ein kleines scharfes Schwitschen, was er drin hat, weil der Pit-Controller halt einfach übersteuert hat. Also es war auf jeden Fall kein spaßiges Fliegen und auch hier im Positionhold sieht man wie wild hin und her schaukelt und das ging so überhaupt nicht. Also das Ende vom Lied war nachher, weil ich nicht tunen konnte. Ich habe noch ein bisschen mit den Mixer-Settings rumgespielt, habe den Mixer ein bisschen höher genommen, die Pizze ein bisschen runter, hat auch alles noch nicht so richtig gepasst und ein Auto-Tune konnte ich bei den Windverhältnissen sowieso vergessen. Deswegen habe ich dann, ich bin da noch kurz ein 3S-Akku geflogen, war aber auch nicht viel besser und deswegen habe ich ihn eingepackt und bin dann gestern wieder nach Hause. Dann kam heute der zweite Flugversuch, diesmal mit meinen selbst eingestellten Mixer-Werten, wo ich alle Mixer auf 70% gesetzt habe und meine selbst eingestellten Pizze. Und ja, Autolounge funktioniert immer noch tadellos. Bin dann auch direkt mal in den Positionhold gegangen, um zu schauen, wie er sich da erstmal verhält mit dem, was ich eingestellt habe. Und das ging schon mal halbwegs vernünftig. Er war noch ein bisschen instabil, ein bisschen wabbelig, auf alle Fälle deutlich besser als gestern. Was natürlich auch daran liegt, dass ja noch nichts weiter eingetrimmt ist und die PIV-Controller-Werte sind auch nur geschätzte Werte an der Stelle gewesen. So, und bevor jetzt irgendjemand auch fragt, warum ich hier irgendwo in einem Park mitten in der Stadt fliege, es hat einen ganz einfachen Grund. Der Flieger selber ist im 250-Gramm-Limit, das heißt, ich brauche auch keinen Spotter oder so. Ich habe zwar hier an ein paar Stellen mal die zulässigen 30 Meter überschritten ein bisschen, aber ansonsten ist das hier überhaupt kein Problem. Innerhalb der gesetzlichen Richtlinien an der Stelle zu fliegen. Ja, und hier sind jetzt die PIV-Werte auch, die ich hier eingestellt hatte vor dem Flug und mit dem ich auch erstmal eine vernünftige, stabile Kontrolle überhaupt über den Flieger hatte. So, was ich jetzt hier als nächstes erstmal gemacht habe, ist den 3D-Cruise-Modus aktiviert, nachdem der Positionhold schon ganz gut funktioniert hat, um rauszufinden, wie viel Pitch er gibt, um die Höhe zu halten, damit ich nachher das Board-Pitch-Alignment einstellen kann. Und das war dann, ist erstmal einer der grundlegendsten Schritte beim Tuning. Das hat auch erstmal ganz gut funktioniert. Leider hatte ich natürlich jetzt hier auf dem VTX eine Linear-Antenne drauf und auf meiner Brille nur Omni-Antennen, deswegen war der Empfang grundsätzlich erstmal relativ schlecht. Und ich hatte halt vier Störungen, sobald ich ein bisschen weiter weg gewesen bin. Der nächste Schritt nach dem Sammeln der Infos, wie viel Strom er verbraucht, wie viel Pitch-Board-Alignment ich brauche und, 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 war dann Auto-Trim zu machen, damit die Servos noch getrimmt werden. Und dann bin ich auch direkt erstmal in den Landeanflug übergegangen, um die Werte zu übernehmen bezüglich des Pitch-Alignments. Und dann im nächsten Flug dann entsprechend das Auto-Tune auszuführen. So, der erste Flug war auf jeden Fall jetzt ein voller Erfolg. Schon sehr viel ruhiger und ließ sich auch sehr viel besser steuern. Ich habe jetzt ein paar Sachen erstmal ausprobiert, ob der Cruise-Modus funktioniert, Position Hold und Return to Home. Und was noch ganz wichtig war im Cruise-Modus, schön nach der Tuning-Reihenfolge, habe ich geschaut, wie viel Pitch-Engel er braucht und so im Schnitt war es ungefähr 5 Grad, die er die Nase hochnehmen musste. Das stelle ich jetzt im Flight-Controller ein. Und dann teste ich nochmal, wie er sich verhält im Cruise-Modus mit dem Cruise-Throttle von 40%, wie viel Strom er da verbraucht und ob er schön sauber die Höhe hält und auch Kurven fliegen kann. Beim nächsten Flug hatte ich dann auch entsprechend die Board-Pitch-Alignment-Werte von 5 Grad erstmal übernommen. Und habe dann den gleichen Test mit dem 3D-Cruise nochmal durchgeführt, um zu schauen, ob er die Höhe zuverlässig hält und das Auto-Throttle nun um den Primärwert läuft. Und es hat auch deutlich besser funktioniert. Es müsste wahrscheinlich noch 1-2 Grad mehr. Das heißt, ich denke mal so, wenn man mit 50 kmh cruisen will, sollte das Board-Pitch-Alignment vom Flight-Controller so bei 6-7 Grad im positiven Bereich liegen. Und dann passt das eigentlich soweit ganz gut. Richtig fasziniert war ich dann, das war jetzt der zweite Flug, immer noch dem gleichen 2S 1600 mAh Akku. Und danach bin ich nach diesem kurzen Test noch ein bisschen Akrobatik geflogen, einfach ein bisschen durch die Gegend geheizt, um zu gucken, wie er sich verhält. Und ich war dann echt erstaunt, als ich in die Werte geschaut habe, jetzt im Endscreen, dass ich an der Stelle gerade mal 630 mAh verbraucht habe. Und der Akku ist immer noch bei 3,8 Volt pro Zelle ungefähr. Das heißt, ich bin gerade mal beim halben Akku und ich bin ungefähr schon 20 Minuten damit geflogen. Ich hatte dann auch mit dem letzten Akku noch mal eine Runde mit Autotune gemacht und habe die PIV-Werte noch mal sauber reingetunt. Also komplett übers Autotune, nichts manuell. Und danach flog er echt wie auf Schienen. Leider habe ich da vergessen, meinen DVR-Recording einzuschalten. Nachdem der dann getunt war, habe ich dann einen 3S-Akku eingebaut. 800 mAh sind noch mal 30 Gramm weniger Gewicht. Das heißt, Abfluggewicht ist jetzt bei knapp über, bei etwa 220 Gramm mit dem 3S-Akku. Und habe natürlich auch den 30-50 Propeller drauf geschraubt, der von ZOHD empfohlen wird für einen 3S-Betrieb. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Flieger macht so dermaßen Spaß auf 3S, wie man sieht. Er fliegt jetzt nach dem Tuning wie auf Schienen. Er wackelt noch ein ganz kleines bisschen hin und her bei leichten Windböen oder bei leichten Windturbulenzen. Was aber nicht zu vermeiden ist. Einfach aufgrund des geringen Gewichts. Immerhin ist er jetzt noch leichter als vorher. Aber damit dann schön auf niedriger Höhe über den Acker oder zwischen Bäumen durchzuheizen macht richtig Spaß. Und ja, wie ihr seht, ich hatte meine Freude damit. Auch invertiert fliegen überhaupt kein Thema im Gegensatz zu den größeren Dartmodellen, mit denen das so gut wie gar nicht geht. Wenn die von Haus aus so viel Auftrieb haben. Aber mit dem kleinen Flitzer hier überhaupt keine Probleme. Ja, während jetzt noch ein bisschen der Flug läuft, noch ein paar Gedanken generell zum Dart 250G. Grundsätzlich wirklich ein fantastisch desigender Flieger. Das Flugverhalten, wenn er dann richtig eingestellt ist, ist einfach... Ja, es macht Laune ohne Ende. Der kann wirklich sehr agil. Er ist unglaublich effizient. Es macht wirklich richtig Spaß, damit zu fliegen. Besondere Pluspunkte auch bezüglich des Zusammenbaus. Der Zusammenbau ist halt total easy mit den 3M-Tapes. Auch die Qualität, die Verarbeitung, wie das Ding ab Werk kommt, gibt es absolut nichts zu meckern. Ich hatte eine kleine Marke gefunden. In den Ailerons sind ja dünne Karbonstreifen reingezogen, reingeklebt und eine davon war an einem Ende ein kleines bisschen lose. Da habe ich ein bisschen Uhupor dran gemacht, habe den kurz ein bisschen anziehen lassen, reingedrückt. Damit war die Sache erledigt. Einfach nur bevor er irgendwann mal rausspringt. Aber ansonsten war da absolut nichts auszusetzen. Ich habe dann auch den Autotrim ausgeführt. Der Autotrim, der war so minimal noch notwendig. Ich glaube, die Servos waren nachher um 40 Mikrosekunden Pulsweite. Nur abweichend vom Originalherstellungspunkt. Das heißt, ich musste nicht mal mechanisch nachtrimmen. Das hat perfekt gepasst, obwohl er schon noch leicht nasenlastig war mit dem 2S-Akku. Und ja, das ist absolut fantastisch gemacht. Ein paar Sachen stören mich dann doch ein bisschen. Die GPS-Position in diesem Canopy, in dieser Vertiefung da unter dem Rumpf, ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Also wenn man da erstmal ein GPS eingeklebt hat mit einem 3M-Tape. Ich habe es jetzt auch gemacht. Aber wenn es da erstmal drin ist, da wieder ranzukommen, ist richtig schwierig. Und was mir nicht so ganz gefällt, ist der Aufkleber oder dieses Plastik-Tape, diese Plastik-Abdeckung hinten über dem ESC-Schacht, wo ich jetzt auch meinen VTX verbaut habe, damit er ordentlich gekühlt wird. Und auch von der Abdeckung von der Kamera. Die sind leicht größer als die Aussparungen, die da drunter sind. Und auch dort, wo der Flight-Controller sitzt, ist von dem Spritzguss, wo der Schaum gespritzt wird, noch so ein Ring, der dort absteht. Den sollte man vielleicht vorher abschneiden, bevor man da irgendwie eine Halterung oder sowas hinklebt. Weil ansonsten gibt es da echt Probleme nachher mit der Auflagefläche. Das ist nicht ganz perfekt, aber ich sage mal, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten gibt es an dem Flieger absolut nichts auszusetzen. Ich hatte heute wirklich eine Menge Spaß damit zu fliegen. Und ich glaube, das Teil könnte jetzt so ziemlich mein Daily Driver sein, neben meinem 5-Zoll-Copter. Weil man einfach mal sagen kann, hier, ich packe mal schnell meine Funke ein, drei, vier kleine Akkus in die Tasche, die Brille rein. Und dann setzt man sich mal schnell ins Auto oder aufs Fahrrad oder in die Straßenbahn oder wie auch immer und fährt an irgendeinen Platz, wo man fliegen kann. Und solange er unter 250 Gramm bleibt, was mit meinen 3S-Akkus überhaupt kein Thema ist, solange ist man da auch überall im Limit, dass man quasi auch mal wie hier durch einen größeren Park heizen kann, ohne dass einen da irgendjemand, ich sage mal auf deutsch gesagt, ans Bein pisst. Ansonsten von meiner Seite her auch für den Preis. Ich habe jetzt für die Plug-and-Play-Version ungefähr 80 Euro bezahlt bei Banggood. Und da kann man absolut nicht meckern. Der Motor, der dran ist, ist ein qualitativ sehr hochwertiger Sunny-Sky-Motor. Die beiden Propeller, die mitgeliefert sind, sind genau darauf abgestimmt, auf 2S oder auf 3S zu fliegen. Wie man sieht, der Stromverbrauch bei Vollgas ist bei beiden Propellern der gleiche. Aber dadurch, dass die Drehzahl bei dem 3S natürlich höher ist, hat man noch ein bisschen mehr Endspeed. Mit 2S hatte ich einen Topspeed von ungefähr knapp 90 kmh im Levelflug oder 85 bis 90 kmh. Mit dem 3S-Drei-Blatt-Propeller kam ich dann irgendwo bei knapp über 100 kmh Topspeed raus im Levelflug. Und für so einen kleinen Flitzer reicht das ohne Probleme, einfach immer so durch den Park zu heizen. Da will man jetzt keine Highspeed-Rakete. Wobei der Dart 250 G das natürlich vom Flügelprofil und von der Windschnittlichkeit des Rumpfes her ohne Probleme hinkriegen würde, das Ding mit einem stärkeren Motor auszustatten. Und wenn man da auf einen ordentlichen Akku geht, dann kriegt man da locker 200 Sachen raus. Da bin ich mir 100% nicht sicher. Der höchste Leistungsverbrauch, den ich hier hatte bei Vollgas, war jetzt mit 3S bei, ich glaube, 80 oder 90 Watt etwa. Der Motor selber ist zulässig bis zu 230 Watt. Und der T-Motor, den ich noch plane, dort einzubauen, einfach damit ich auch mal ein bisschen schneller heizen kann und auch mal auf 4S fliegen kann. Der ist bis zu 500 Watt geratet auf einem 1507er. Und ich glaube, da geht noch richtig was. Ansonsten macht das Ding aber auch in der Plug-and-Play-Version, so wie es direkt von ZOHD kommt, richtig Spaß. Und ist auf jeden Fall auch ananfängerfreundlich. Was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist aktuell das Preset vom Einlauf-Konfigurator 2.4 benutzt zu benutzen. Weil das ist absolut unbrauchbar, das Tuning, was das übernimmt. Da ist der DART 250G fast nicht kontrollierbar. Man hat kaum Pitch-Autorität. Und er ist extrem nervös in der Luft und lässt sich wirklich nur sehr schwer fliegen. Also da auf jeden Fall die Finger weglassen. Und die Pits, mit denen ich jetzt am Ende rausgekommen bin und die Mixer-Einstellung, die packe ich euch unten mal in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr auf jeden Fall damit anfangen. Und damit habe ich bis jetzt für die Plug-and-Play-Version sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, das war es auch schon mit dem Maiden von dem DART 250G und meinen Gedanken dazu. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und auch ein Abo dalasst, falls euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr auch gerne die Affiliate-Links in meinen Videobeschreibungen benutzen. Oder auch über den Paypal-Donation-Link mir einen kleinen Kaffee spendieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank.